Sarkophagdeckel Irgendwo hinten am Pinchot oder schon in Villa Borghese ruhen zwei Sarkophagdeckel aus unedlem Stein zwischen den Büschen im Freien. Sie stellen keine Kostbarkeit dar. Sie liegen umher. Lang hingestreckt lagert auf ihnen das Ehepaar, das sich einst zum letzten Andenken hat abbilden lassen. Man sieht viele solcher Sarkophagdeckel in Rom, aber in keinem Museum und in keiner Kirche machen sie solchen Eindruck wie hier unter den Bäumen, wo sich die Figuren wie auf einer Landpartie ausgestreckt haben und eben aus einem kleinen Schlaf erwacht zu sein scheinen, der 2000 Jahre gewährt hat. Sie haben sich auf den Ellbogen gestützt und sehen einander an. Es fehlt nur der Korb mit Käse, Früchten und Wein zwischen ihnen. Die Frau trägt eine Frisur mit kleinen Locken. Gleich wird sie sie ordnen nach der letzten Mode vor dem Einschlafen. Und sie lächeln einander an. Lang, sehr lang. Du siehst weg und noch immer tun sie es ohne Ende. Dieser treue, brave, bürgerliche, verliebte Blick hat die Jahrhunderte überstanden. Er ist im alten Rom ausgesandt worden und kreuzt heute dein Auge. Wundere dich nicht darüber, dass er vor dir andauert, dass sie nicht wegsehen oder die Augen senken. Sie werden nicht steinern dadurch, sondern menschlich.